Aber gut, dann muss ich schleichen. Aber kann der Typ sich überhaupt nicht... Doch. Gut, dann haben wir den Controller. Denn irgendwie... Weiss ich gerade die Ström nicht mit der Tastatur. Ich würde sagen, gehen wir dort hinten rein. Ich habe mich gefragt, wieso hier ein Fuchs ist. Ganz heimlich und leise. Wahrscheinlich nicht der beste Weg. ... ... ... ... Okay, hier kommen wir nicht rein. Durchdurch das Gebäude. ... ... Ja, das frage ich mich auch. Polizierliche Aufzeichnungen, Übergabe des Informanten. 1.200, wir legen den Flughafen still. 1.300, Informant und FPAS-Kurte verlassen den Unterschlupf. 1.315, Informant wird übergeben und in Hangar 5 gebracht. Wir erhalten die Geschäftsbücher nach der Übergabe des Informanten. Okay. Was wir hier haben, wir können nicht ein Glosse Kahn stellen, oder? Doch können wir. Die Flughafen, die sie nutzen, ist Don Morello's. Ich bin sicher. Ich muss die Waffe jetzt klapfen, ja. Ja. Ich bin sicher. Ich würde mich interessieren, ob es hier irgendwie noch ein Secret gibt oder irgendwas, was man finden kann. Ich würde mich interessieren, ob es nicht so gut ist, ob es nicht so gut ist. Schlaf gut. Angar. Once Morell gives us the books, our accountant guys will go through them with a fine-toothed Frank wird aus Hunger 5 ausgeflohen. Ich denke, man kann hier eine Schleichmission draus machen, oder? Das sollte eigentlich niemand sehen. Oh, Hette. Ich denke, man kann hier sein, dass die Schleunst. Die Schleunst, die Schleunst, die Schleunst. Das ist die Art der Bremse, die Schleunst. Und jetzt ist es wie eine Zalieri in der Schleunst. Das ist ein gutes Tag, mein Freund. Mein Gott. Aber ihn können wir ja auch schocken. Und du? Da sieht niemand. Anger 5, 1, 2, 3. Da lieber nicht lang. Da nach oben kann man wahrscheinlich nicht. Nee. Ich versuch mich einfach mal hier in der Schleichmission. Ich denke das könnte vielleicht hinhauen. Oder es spielt vielleicht auch auf Zeit. Gut, das wäre es jetzt fast gewesen. Wo ist der Typ hin? Shit. Gut, das war's. Ich bin auf dem. 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 Wenn ich jetzt schlau bin, komme ich von der anderen Seite. Und dann wissen sie nicht, woher ich komme. Na gut, vielleicht doch. Ich bin nicht mehr so, dass ich nicht mehr so. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Shit. War ja klar. Die hätten ihn doch schon längst ausgeflascht. So, der ist schon tot. Shit! Fuck! Dann kommt noch einer mit einer Tomigun. So aus dem Nix. Fast wär's gut gelaufen. Fast. Fast wär's gut gelaufen. Fast wär's gut gelaufen. So hard to find, they seem impossible to score So I dream of, to someday find that vintage love